Spiritualität ist ja auch so ein Begriff, der da so in dem ganzen Kontext jetzt auch auftaucht, ne, spiritueller Schatten, ist ja auch die Frage, was ist denn das eigentlich? Weil das ist ja so ein Wort, das so derart begriffsinflationär benutzt worden ist. Das kannst du ja eigentlich kaum noch benutzen, wenn du dich über irgendwas unterhalten willst, weil du weißt ja eigentlich gar nicht, was ist damit eigentlich gemeint. Wir haben also diese katholisch-romanische Tradition, dieser Ordenstheologie, wo es um dieses religiös geprägte Leben ging. Dann haben wir diese angelsächsische Tradition von Spirituality, wo man davon spricht, dass es eben halt so eine innere, inwendige Transzendenzerfahrung ist, die innerhalb der Religion oder auch außerhalb davon stattfinden kann. Wir haben dieses Spirit, was die Natives so haben, den Geist, den Höheren etc. etc. Im Regelfall wird damit aber eine transzendente Wirklichkeit oder Realität gemeint, die wir rational mit dem klassischen Descarteschen Paradigma oder Geist im Grunde nicht fassen können, könnte man sagen. Und also mit diesem, ich denke, also bin ich und das war es dann so. Und das heißt also die ersten und letzten Fragen des Menschseins nach dem, wer oder was ist ich eigentlich, wozu bin ich eigentlich hier, was ist der Sinn des Lebens, warum muss ich sterben, was ist nach dem Tod oder was war vor, bevor ich war, was waren davor. All diese Fragen, die sind ja da nicht drin enthalten und also die ersten, Alpha und Omega sagt man ja im Christentum, die ersten und letzten Dinge. Und im Bereich der Spiritualität heute ist es so, könnte man sagen, dass dieser Transzendenzvollzug ein nicht mehr institutioneller ist, sondern im Grunde ein Selbstvollzug. Wie meinst du das? Ja, das heißt, dass also die Leute selber, dass sie nicht mehr den Vermittler brauchen, den Pfarrer und nicht mehr den Container der Kirche und den Kontext da, sondern sie machen das selber. Das hat Vor- und Nachteile. Also die Mystiker oder die Mystik war ja immer die Tradition in den ganzen Glaubensrichtungen. Jede abrahamitische Religion hat auch ihre mystische Strömung, aber auch im Hinduismus und im Buddhismus finden wir die, wo eben die Aussage ist, du kannst direkt nach oben gehen. Du musst nicht über Mutterkirche oder nicht über Mutterglaubensgebäude gehen, sondern du kannst direkt zu Papi oder Mami. Und das findet die Exoterik nicht so gut, weil die sagen, die Exoterik ist ja das Glaubensgebäude und die Bücher und so weiter. Und die sagen halt, nee, 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 nee. Also du kannst nur über uns. Und die Esoterik nach dem Pythagorean war ja die direkte Erfahrung. Also in mir. Das müsste man vielleicht einmal noch so definieren, damit wir wissen, über was wir hier reden. Also spannend ist eine Aussage auch von meinem Lehrer, dem Willi Gisega, der hat immer gesagt, jeder spirituelle Weg, der nicht zurück in die Welt führt, das haben wir im Zen-Buddhismus auch dieses Gleichnis, dass er den Ochsen los wird und dann da am Berg die Erleuchtung hat und dann am Schluss, das letzte Bild ist ja die Rückkehr, auf den Marktplatz. Ähnlich wie Diogenes in seinem Fass. Also ist er wieder auf dem Marktplatz zwischen allen anderen. Und das finde ich auch noch mal wichtig bei dem Ganzen, weil das hast du ja auch in dem Kongress drin, das Bypassing und der Elfenbeinturm und so, dass das eben auch eine große spirituelle Falle ist, wo man sich dann drinnen zurückziehen kann. Ja. Man könnte sagen, dass wir von drei vielleicht Dimensionen dieser Sinnsuche vielleicht sprechen könnten. Das heißt einmal, dass man diesen Sinn oder diese Suche nach dem Sinn im Sinne von Spiritualität, dass man das sinnlich erfährt selber, dass man versucht, in die Tiefe seiner Seele zu tauchen und das mehr zu ergründen oder es dann auch irgendwie geistig zu ergründen oder zu durchdenken. Und das ist ja auch diese abendländische Tradition. Und da kommen wir jetzt so in diesem Bereich, um was geht es in dem Trans-Personalen. Da geht es nämlich genau darum, transieren und ja aus dem Lateinischen herüber, das hinüberschreiten. Und der Begriff Trans-Personal beinhaltet eben dieses Transiere und das Persona, was wir von Jung auch kennen. Die Maske, also die Alltagsmaske, die wir so durch die Gegend tragen. Jeder für sich. Ich jetzt ja hier auch als der Therapeut, ist ja auch eine Persona im Grunde. Ja, also wir spielen tausend Rollen. Wir spielen alle Theater, hat es früher bei uns immer geheißen im Theater, in Dramatherapie und so. Ja, also die Rollen sind und endlich. Ich gelobe es, sie alle zu lassen. Das wäre dann diese Ego-Transzendenz dann. Also die Rolle ist ja auch ein Stück weit eine Ego-Struktur, mit der ich mich draußen in der Welt bewege. Und dieser trans-personale Begriff, der wurde erstmals geprägt 1906 von William James oder ich glaube 1905 hat er eine Vorlesung gehalten. Das war ja einer der ersten Religionswissenschaftler, der die veränderten Bewusstseinszustände erforscht hat. Und später gab es diesen Begriff dann eben bei Jung etwas abgewandelt als überpersönliches oder als kollektives Unterbewusstsein oder auch die Archetypen, könnte man auch in diese Richtung fassen. Und Erich Neumann, der war ja ein Jungschüler, der hat den Begriff dann, ich glaube 1952 irgendwie, hat er den dann eben auch benutzt. Und später hat diesen Begriff Stanislav Grof dann genommen für diese vierte Psychologie, wo neben Tiefenpsychologie, Verhaltens- oder Behaviourismus, Verhaltenstherapie und dann der humanistischen Verfahren, wo die ganzen Sachen Systemik, Carl Rogers und so weiter, das alles so dazugehört, Gestalttherapie natürlich und so. Darauf aufbauend dann eben hat Maslow unter anderem und Zutic und andere mit Grof zusammen eben im Menlo Park 1958 die vierte Form gegründet, weil sie gesagt haben, diese ganzen Erkenntnisse, die Menschen seit Jahrtausenden gehabt haben, die sind ja sinnvoll und die müssen ja irgendwie untersucht werden. Das haben die ja nicht nur la polar um der Kunst willen gemacht, sondern die haben das aufrecht erhalten, weil es irgendwie einen tiefen Impact auf sie hatte. Deswegen haben die meditiert oder deswegen haben die gefastet oder deswegen sind die barfuß auf heißen Kohlen rumgerannt oder auf den Himalaya gestiegen im Schlüpfer und haben zwei Tage im Schnee gesessen und den Schnee geschmolzen und solche Sachen halt. Und das hat einen tiefen Impact und das hat Wolf Bündig, der das ist ja gegründet und mitgeleitet, hat lange auch mal schön gesagt, die wichtigsten menschlichen Erfahrungen sind im Grunde ganz schlecht für die Psychologie messbar. Und das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis für die Psychologie. Also das heißt, die wichtigsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann, die kann man eigentlich wie kaum, kann man kaum packen. Und dieses Dilemma hat Maslow ja auch erkannt schon und deswegen ist ja, der Maslow war selber ein Agnostiker, das heißt, er hat eigentlich mit Religionsspiritualitäten überhaupt nichts zu tun gehabt. Ein ziemlich, ja, ich sag's mal so analytischer Typ. Aber zum Lebensende hin, wo er dann selber auch krank war, hat er dann auch gemerkt, dass Viktor Frankl, der ja früher schon im Lager gewesen war und sich da tiefe Sinnkrisen, also wie alle Menschen in so einem Lager sicherlich, tiefe Sinnfragen gestellt hat und tiefe Sinnkrisen durchleben musste, der ja trotzdem Ja zum Leben gesagt, Lebenssagen geschrieben hat, diesen Bestseller. Mit dem hat er sich auch wohl nochmal connected und dann ist er da losgegangen und hat dann seine Pyramide, in Anführungsstrichen, oder seine Hierarchie, eine Pyramide war es ja eigentlich gar nicht, hat er verändert und hat gesagt, okay, ganz oben über der Selbstaktualisierung, darüber steht noch die Transzendenz. Und das ist also etwas, was dann aus diesem Treffen mit Stanislav Krof zusammen auch so ein Stück weit heraus sich kristallisiert hat und dann haben sie gesagt, okay, das müssen wir jetzt wissenschaftlich untersuchen und da müssen wir anfangen, das als neue Form der Psychologie zu etablieren, weil diese wichtigsten Erfahrungen, die der Mensch macht, die sind ja doch zu wichtig, als dass wir sie einfach ausblenden können in der Psychologie. Und darauf basiert eigentlich dieses Modell der transpersonalen Psychologie, dass man sagt, okay, wenn Menschen jetzt Übergänge erleben, die sind ja mal krisenhafter Natur und das heißt also, blödes Beispiel jetzt zwischen Beruf und Rente oder zwischen Kindheit, dann Adoleszenz und Erwachsenensein oder anfangen zu arbeiten, zu studieren. Momentan, ich höre von so vielen Menschen in der Praxis hier momentan, dass sie sich scheiden und trennen lassen und so, also Trennung. Das ist ja auch Riesenthema, kommen auch ganz viele in spirituelle Krisen rein. Ja und da, also in diesen Bereichen hat die transpersonale Psychologie sehr viel auch zu bieten und hat in diesen Bereichen eben sehr viel gearbeitet und auch geforscht und untersucht, hat auch ein Netzwerk gegründet für spirituelle Krisen, weil normalerweise werden Krisen ja sehr einseitig dann definiert, weil gerade in Krisenphasen sind die Menschen sehr offen, sind sie sehr durchlässig und dünnhäutig, nehmen auch Phänomene wahr, ich sag mal jenseits des Alltäglichen, was man vielleicht sonst nur unter Substanzeinfluss vielleicht so wahrnimmt. Farben, Formen, Träume, Visionen, Präkognition, Hellsichtigkeit oder Kontakt zu Verstorbenen, solche Sachen habe ich immer wieder auch hier in der Praxis mal gehört, wo dann auch mehrere Menschen unabhängig voneinander, die Mutter und der Sohn auf einmal Kontakt zum verstorbenen Vater noch hatten, zum Beispiel sowas. Das gehört ja eher in den Bereich der Parapsychologie, aber ist so ein Grenzbereich zu Transpersonalen, könnte man sagen. Nur mal so den Leuten so eine Idee zu geben, was für ein Spektrum dahinter steht. Wenn ich das jetzt in einen kurzen Satz packen wollte, würde ich sagen, die Arbeit im Bereich der Transpersonalen Psychologie ist die Arbeit eben mit den veränderten Bewusstseinszuständen, wo du das ganz andere erleben kannst, was jenseits von dem alltäglichen Bewusstsein liegt, wo du im alltäglichen Bewusstsein so keinen Zugang zu hast. Und da kannst du eben schauen, was ist noch möglich in dir oder im Kosmos, weil man kann ja auch Erfahrungen machen, völlig außerhalb von dem eigenen Themengebiet. Und da quasi, Johnson nannte das damals, das Gold im Schatten finden und möglicherweise bergen und schon mal vielleicht auch nur probeweise mit nach Hause nehmen und dann wieder zurückbringen, weil man es noch nicht tragen kann, weil es zu schwer für einen noch ist. Und da diese Erfahrungen zu machen, die des ganz anderen eben, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da gibt es in der Kultur, die wir haben, gar keine Räume mehr für.